Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar ist es eigentlich nur eine ganz kurze Erinnerung. Denkt an unser Gewinnspiel. Nächsten Samstag werden wir auslosen, wer unsere tolle Snackwippe bekommt. Und jetzt habt ihr noch die Chance dabei zu sein. Einfach unter dem Video kommentieren, was ich euch in der Infobox verlinke. Und dann seid ihr schon dabei. Viel Glück!